Hallo und Willkommen zu einer Folge von Valorant Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! So, wir starten jetzt auch mal direkt in mein allererstes Game und ich hab keine Ahnung was ich hier machen muss Ähm, bereit. Jetzt spielen. Ah ja, ok. Oh, ich hab ein Mesh gefunden. Also ich hab das Game jetzt irgendwie, ich hab jetzt extra vier Tage lang auf Twitch zuguckt. Hab jetzt ein i und ich hab keine Ahnung von dem Game. Ich hab das in meinen Hintergrund laufen lassen. Hm. Aber ich glaube ich seh mal Phoenix. Ich hab keine Ahnung was er kann. Ah ja, genau, das war's. Oh, spinnt das. Okay Freunde, überlasst das Feuerwerk mir. Bei dem Krach habt ihr bestimmt Spaß! Ich kann mir noch nichts kaufen. Also ich hab noch keine Ahnung wie das hier funktioniert. Jetzt? Hier ist irgendwelche Fähigkeiten hier unten. Ich weiß auch nicht wie das schon spielen wird. Wir werden aber sehen. Oh Gott, was ist das denn für ein Ding? Was ist das denn? Ja, äh. Warum hat der denn den Shotgun? Ich hab keine Ahnung was hier alles abgeht. Ich... Keine Ahnung. Aber er teabackt hier auf jeden Fall erstmal ne Runde. Oh, jetzt kann ich. Spaß. Die hier ist ganz geil. Das ist ne Burst-SNG. Gegner gesichtet. Ich steig hoch. Ah, das ist ne Barriere. Hä? Was bringt das? Ich weiß nicht was. Keine Ahnung. Äh. Wir haben die Spectra. Hier laufen die jetzt lang, dann da und dann sind da die Gegner. Ich weiß ja nicht, ob SNGs gut sind in dem Game. Ich liebe SNGs. Kannst du die Bombe, bitte? Wie? Ich droppe die? Ja, droppe bitte. Äh. Wie? Sie sind nicht besser als ich. Äh. G. G. Nein. 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 Ah. Oh Gott. Okay, ich weiß, dass er das Ding macht. Ich hab ein AP. Oder was. Ich steig hoch. Was, was ist das? Vorsichtig. Wer ist mit Granaten? Du holst du nicht was ich aufregen? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ein Gegner übrig. Du holst dich. Ja mein. WTF, wer weiß das ich da bin? Ja. 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 Ich bin der Kamera! Ich bin der Kamera! Ich bin der Kamera! Ich bin der Schöpfer! Ich bin der Schöpfer! Oh, oh, oh! Ja! 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 Sechsenwechsel! Gerne! Raus aus meinem Zuhause! Da sind sie! Gegner in Sechsen! DURBENCHER! Für dich! Zack! Zack! Einer hab ich immerhin gekillt! Letzter lebender Spieler! Schöne Helle! Ey Sova, die Eule ist ziemlich cool! Aber ein paar Flammensticker wär nicht schlecht, oder? Ah ja! What? Lass! Zwischen die Augen! Die Gegner Gesichter! Oh! Oh lol, ja! Muss man da machen! Ja! War vielleicht nicht so schlau! Da stehen sie gar nicht! Ja! War vielleicht nicht so schlau! Da stehen sie gar nicht! Lauf! Ein Gegner übrig! Vorsichtig! Nein! Du steig hoch! Oh, da ist jemand! Der ist totes mit dem anderen! Ich bin der Jäger! Ich bin der Jäger! Aus dem Weg! Das bringt das! Ich bin der Jäger! Ich bin der Jäger! Ein Gegner übrig! Letzter lebender Spieler! Noch 10 Sekunden! Playtime! Weg mit dir! Okay, Leute! Das ist Matchpunkt! Wir müssen dir jetzt alles geben! Warte, du hast nicht abonniert? Hier, schnell! Abonnier! Oder soll ich mal Joe fragen, was er davon hält, wenn du nicht abonnierst? Es ist literally kein Punkt, weil wir dich finden, und wir bannen dich! Wir werden dich bannen!